So, hallo und herzlich willkommen, lieber Palio-Hacks-Hörer, zur vorerst letzten Episode meines Podcasts. Und zwar Episode 118, in der ich dir, ja, mal kurz erklären möchte, warum ich mit Palio-Hacks Schluss mache. Also, ich werde den Podcast nicht einstellen, aber ich brauche einfach mal eine Pause. Und warum das so ist und wie es hier weitergehen wird, das erzähle ich dir jetzt gleich in dieser Show. Also, bleib dran. Palio-Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, jetzt bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich mit dir sprechen möchte. Über meine weiteren Planungen. Warum mache ich eigentlich eine Pause? Das hat sich mehr oder weniger durch Zufall ergeben, denn ich habe in den letzten Monaten sehr viele Projekte gleichzeitig gehabt und verfolgt. Wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du ja, dass ich auch Handelsvertreter bin. Und dort ein sehr, sehr interessantes und auch ein sehr, sehr zukunftsträchtiges, innovatives, technisches Produkt verkaufe. Und das war auch immer meine Leidenschaft. Also alles, was mit Technologie zu tun hat, mit Bildverarbeitung, mit Robotik, mit Automatisierung, war immer meine Leidenschaft. Und deswegen stand für mich fest, werde ich an diesem Teil meines Lebens auch nichts ändern. Ich werde diese Leidenschaft nicht aufgeben, auch wenn ich Palio-Hacks mache, wenn ich Coachings mache oder wenn ich mich mit Online-Marketing beschäftige, dann wird das immer ein Standbein meiner Existenz sein. Ich habe einfach Freude daran, zum Kunden zu fahren und mich zu kümmern, ihm zu helfen, Probleme zu lösen etc. Und ja, dann kam Palio-Hacks in mein Leben. Ich habe mit der Palio-Ernährung selbst sehr, sehr spät erst begonnen, habe zwar viele Jahre mich schon mit Low-Carb-Ernährung beschäftigt, aber das ganze Thema Palio-Ernährung ist ja erst im August 2016 in mein Leben gestoßen. Und ich habe dann beschlossen, kurzerhand mich ausbilden zu lassen zum Coach und mehrere Ausbildungen genau genommen zu machen. Und auch da werde ich nach wie vor dran arbeiten. Ich werde mich weiterentwickeln, damit ich dir auch in Zukunft spannende Inhalte liefern kann. Aber im letzten Jahr, speziell 2017, war halt der Teil, der mir persönlich sehr viel weiterhilft und der mich weiterbringt in meinem Tun und in meinem Business natürlich auch, der hat immer weniger Anteil gefunden oder der hat immer weniger Raum gefunden in meinem Leben. Denn ich habe halt auch nur eine bestimmte Anzahl an Stunden pro Tag zur Verfügung, die ich verwenden kann, um damit produktiv zu sein. Da ist ein großer Teil gehört meiner Familie, meinen zwei Kindern, meiner Frau. Und ein Teil ist natürlich die Handelsvertretung, die ich sehr liebe. Und dann muss ich irgendwie natürlich auch einen Teil freihalten, sage ich mal, für Palio-Hacks, weil es mir Spaß macht, weil ich ja gern dran arbeite. Nun kann man dann natürlich nicht noch an dem Grundkonstrukt arbeiten. Das heißt, ich kann meine Webseite nicht mehr up-to-date halten. Ich kann keine Änderungen vornehmen an dem Podcast, jetzt tragende Veränderungen, wie zum Beispiel den Jingle oder meine Intro-Outro-Botschaften. Dann Gäste einladen, mit den Leuten Interviews führen. Man muss ganz oft nachfassen, weil sie natürlich auch beschäftigt sind. Und das hat dann einfach so viel Zeit eingenommen, dass ich von meiner Palio-Hacks-Zeit, von diesem Zeitfenster, halt immer weniger Zeit auch wirklich effektiv nutzen konnte, um das ganze Thema voranzubringen. Sodass es natürlich auch immer wieder tolle Mehrwerte liefert und für dich eben auch was bringt, einzuschalten. Sodass du bei jeder Folge sagst, wow, super, das war jetzt wirklich spannend. Und natürlich muss ich irgendwann auch den nächsten Schritt gehen. Ich möchte auch mehr als nur Podcasten. Ich möchte gerne Videokurse anbieten. Ich möchte gerne Produkte anbieten, die du kaufen kannst, wenn du tiefer einsteigen möchtest in das Thema Ernährung. Zum Beispiel einen Online-Kurs, der mir schon seit eigentlich einem ganzen Jahr vorschwebt, in dem ich dich an die Hand nehme als Partner, sondern einfach als Ernährungsinteressierter und ich dir helfe, Schritt für Schritt bestimmte Ziele zu erreichen, umzusetzen. Es gibt so viele Menschen da draußen, die vielleicht keinen Podcast hören, die aber an ihrer Ernährung was ändern wollen. Ein solcher Selbstlernkurs war deswegen für mich immer ganz oben auf der Prioritätenliste. Aber dafür musste ich halt unglaublich viel tun. Ich musste viele technische Dinge erst möglich machen, damit das umsetzbar ist. Und dafür blieb halt keine Zeit mehr, weil das Podcasting mich so eingebunden hat, dass ich einfach zwar regelmäßig tolle Inhalte liefern konnte, genug Zeit für die Familie hatte und für die Handelsvertretung, aber kein Wachstums-, keine Marge mehr da war, um noch zu wachsen. Es war kein Raum mehr da, um nochmal was zu verändern, zu optimieren. Und ja, das hat mich dann nach einem intensiven Gespräch mit meinem Mastermind, dem ich dafür nochmal Danke sagen möchte, dazu gebracht, eine Pause einzulegen. Und ich, wie viele vielleicht denken, eine Woche oder zwei Wochen mal nicht zu podcasten, die Zeit ist so schnell vorbei, da wird sich nicht wirklich was ergeben. Vor allem liegt jetzt die Weihnachtszeit erst hinter uns, in der viele von euch da draußen, vielleicht du auch, sehr beschaulich verbracht haben, die jetzt im neuen Jahr erst wieder so richtig anfangen aufzuwärmen und wieder durchzustarten mit neuen Zielen und guten Vorsätzen. Und jetzt geht es erst richtig los und wir können erst jetzt wieder so richtig effektiv sein und natürlich ich auch. Und da möchte ich einfach ein bisschen mehr Zeit in die Entwicklung stecken, in die Entwicklung meiner Persönlichkeit, in die Entwicklung meines Unternehmens von Paliohacks, in die Entwicklung meiner Inhalte, mein Content, mein Blog, mein YouTube-Kanal, all das soll natürlich sich ein bisschen ändern, das soll wachsen, aber ohne, dass ich jetzt 20 Leute beschäftigen muss, sondern so, dass ich das auch alleine zumindestens in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren noch bewerkstelligt kriege. Und ja, deswegen diese Pause. Was mache ich denn in dieser Zeit und auf was darfst du dich freuen, wenn du dann in drei Monaten den Podcast wieder sehen wirst? Dann habe ich mir fest vorgenommen, würde es eine kleine Session geben. Ich werde also zwischen fünf und zehn Mini-Folgen produzieren. Also ich werde nicht Mini sein, wenn du mich kennst, dann weißt du ja, dass ich relativ schnell 30, 40 Minuten reden kann. Nein, ich meine damit, es wird eine kleine Serie in sich sein, eine kleine Mini-Serie, mit der ich den Podcast relaunchen werde, also ihn neu starten werde, wieder booten werde. Er wird dann quasi im April, genauen Termin kenne ich noch nicht, wird er durchstarten mit einer kleinen Mini-Serie, das heißt zehn Tage maximal, ich weiß noch nicht genau, deswegen musst du dich da überraschen lassen, maximal zehn Tage, plane ich aber in Folge jeden Tag einen Podcast innerhalb einer kleinen Mini-Serie. Und diese zehn Folgen maximal werde ich als Start nutzen. Du wirst dann in dieser Zeit von mir zwar nichts hören, du wirst von mir im Blog ab und zu mal was lesen, also auf meiner Facebook-Fanpage werde ich veröffentlichen, hin und wieder mal was verlinken etc. Das Gewinnspiel läuft natürlich weiterhin und wird im Februar, das habe ich ja auch verschoben, in einer Facebook-Live-Session habe ich das bekannt gegeben, da wird dann die Endauslosung stattfinden. Und es wird halt immer wieder mal so ein paar Signale von meiner Seite geben, aber es werden keine neuen Inhalte folgen. Und ja, mit dieser Mini-Serie werde ich durchstarten. Ich werde in der Zeit natürlich nicht rumsitzen und die Beine hochlegen und meditieren, sondern ich werde in der Zeit sehr, sehr viele Interview-Partner ansammeln, mit denen Interviews führen. Die werden dann halt gesammelt, produziert und werden dann als Paket online gestellt. Und du wirst dann eben wieder, wie gehabt, jede Woche nach dieser Mini-Serie, deine Interview beziehungsweise auch vielleicht irgendwann wieder mal eine Solo-Folge von mir finden. Ja, was wird es noch geben? Damit die drei Monate eben nicht ineffektiv verstreichen, werde ich an meinem Online-Kurs arbeiten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, es sind zwei Projekte in der Planung. Also ich werde mein E-Book, mein kostenloses E-Book, werde ich abschaffen. Das heißt, es wird, das hatte ich schon mal angekündigt, es ist auch kein Marketing-Gag, sondern es ist wirklich geplant gewesen, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Das heißt, du kannst es noch kriegen, aber es wird dann im April, wenn der Podcast relauncht und mein Blog relauncht, wird dieses Buch verschwinden. Dafür werde ich einen kostenlosen Mitgliederbereich anbieten, in dem du ganz spannende und sehr interessante Videoinhalte finden wirst. Das Ganze wirst du finden unter palio-akademie.de. Diese Domain ist jetzt im Moment allerdings im, wie man so sagt, Baustellenmodus. Du wirst halt dort jetzt nichts finden, außer einen Text von mir, der dich darauf hinweist, dass das im April 2018 losgeht oder im Frühjahr, habe ich, glaube ich, da geschrieben. Und auf dieser Seite palio-akademie.de kannst du dich kostenlos anmelden und hast dann Zugriff auf einen kleinen kostenlosen Videokurs. Wie der im Einzelnen aussehen wird, verrate ich dir nicht. Das musst du dann schon, ja, rausfinden, indem du dich anmeldest. Und dort werde ich dich dann in Zukunft auch versorgen mit vielen netten kostenlosen Informationen. Also es gibt da eine Gutscheinliste und immer mal wieder werde ich was hinzufügen. Aber ich bitte um Verständnis, wenn das nicht alles peng einfach da ist, sondern dafür brauche ich natürlich auch ein bisschen Zeit. Und dort werde ich auch meinen ersten eigenen Palio-Kurs veröffentlichen. Also ein klassischer Ernährungs-Selbstlernkurs. Und das wird, ich drücke mir selbst fest die Daumen, auch im Frühjahr 2018 passieren, sodass du gleich dort ein neues Angebot von mir vorfinden wirst. Ja, dann wird der Blog, das habe ich ja gerade eben schon mal angedeutet, relaunched. Das heißt, ich möchte gern meinen Blog in Zukunft umgestalten. Er wird etwas pragmatischer gestaltet. Im Moment ist das sehr leidenschaftlich mit vielen technischen Geek-Sachen, so wie ich halt bin, versehen. Und manche Leute finden das unübersichtlich. Und manche Leute hauen auch gleich wieder ab, weil sie denken, wo bin ich jetzt hier? Das werde ich alles ein bisschen intuitiver gestalten. Und ich werde auch Blog-Artikel wieder veröffentlichen, um so ein bisschen den Lesern entgegenzukommen, die überhaupt nichts mit Podcast anfangen können. Da werde ich natürlich einige Podcast-Episoden wiederverwerten und diese dann auch in Textform zur Verfügung stellen. Ja, es wird sehr wahrscheinlich einen neuen Palio-Hacks-Jingle geben. Es wird ein neues Palio-Hacks-Cover geben für diesen Podcast. Und vielleicht sollte ich deswegen auch am 1. Mai starten. Denn der Mai, der macht ja alles neu, wie es in einem bekannten Kinderlied lautet. Aber wie schon gesagt, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wann ich starten werde. Aber ich denke, es wird im Frühjahr sein. Ja, also wenn dann der Blog neu gestartet ist, dann habe ich natürlich schon einige Projekte vor der Brust. Und du darfst dich auf viele neue Dinge freuen. Ja, und das wird mich halt einiges an Arbeit und an Zeit kosten. Und in dieser Zeit möchte ich nicht diesen Podcast vernachlässigen und möchte auch nicht unregelmäßig werden. Ich sehe das immer ganz oft bei anderen Podcastern, die dann erst eine Folge ausfallen lassen. Und dann lassen sie eine zweite Folge ausfallen. Dann lassen sie eine dritte Folge ausfallen. Dann kommen sie mal wieder. Dann stellen sie auf zweiwöchig um. Dann stellen sie auf vierwöchig um. Und irgendwann ist der Podcast weg. Und deswegen möchte ich dir noch einen weiteren letzten Grund nennen, der mich auch dazu gebracht hat, dass mit der Pause, was erster so, ja, ja, lustig, ich mache jetzt eine Pause, zu, ja, 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 ganz genau, ich mache jetzt eine Pause. Das ist wirklich gar keine schlechte Idee. Also von dem einen, von diesem ersten spinnigen Gedanken im Kopf zu der letztendlichen festen, zu einem festen Entschluss geführt hat, das auch zu tun. Und das war, dass ich immer Angst davor hatte, dass es mir keinen Spaß mehr macht. Und ich war an dem Punkt, dass ich gesagt habe, es ist so zur Routine geworden, der ganze Podcast. Und ich bin nur noch getrieben worden, von Woche zu Woche neue Interviewgäste zu finden und diese auch bei der Stange zu halten, das heißt Termine zu machen. Manche nehmen das sehr ernst, die freuen sich sehr, dass sie eingeladen werden. Da kriegt man ja von fünf Minuten eine Mail und innerhalb von zwei Tagen hat man einen festen Termin vereinbart und kann eigentlich sofort aufnehmen. Und es gibt halt Leute, die sagen, ja, super, toll, und da möchte ich unbedingt dabei sein. Und dann hört man nie wieder was. Und dann schickt man Erinnerungsmails und Erinnerungsmails und Erinnerungsmails und Erinnerungsmails und man kriegt nie wieder ein Feedback. Und dann muss ich mich ja schon wundern, ob bei den Leuten wirklich ernsthaftes Interesse ist oder ob mir nur ein Autoresponder geantwortet hat. Vielen Dank für deine Mail, ich finde das ganz toll, was du mir geschrieben hast und da gar kein echter Mensch dahinter ist. Und dann habe ich irgendwie gedacht, darauf habe ich keinen Bock mehr. Also ich habe keinen Bock mehr darauf, jedem einzelnen Interviewgast ständig hinterherzulaufen und vor allem habe ich keinen Bock darauf, dass aus dem ganzen Thema eine Pflichtübung wird. Dieser Podcast sollte mir Spaß machen. Und das hat er jetzt am Ende nicht mehr. Und bevor es zu schlimm wird und ich mit ganz Aufhören liebäugel, habe ich beschlossen, ich mache einfach eine kreative Pause. Ich mache alles neu, was ich dir eben erzählt habe. Nicht, weil ich das denke, dass ich das brauche, sondern weil ich Lust darauf habe, dem Ganzen einen frischen Anstrich zu verpassen und starte mit neuen Ideen. Und es kommen bei mir jeden Tag tolle Ideen hinzu, die dir helfen können natürlich, in deiner Ernährung und bei der Erreichung deiner Ziele weiterzukommen. Mit diesen neuen Ideen komme ich zurück. Und dann, bin ich mir ganz sicher, wird auch der Spaß automatisch wieder da sein. Und dann habe ich auch einen prall gefüllten Redaktionsplan und nicht mehr den Druck im Rücken, dass ich jetzt so irrsinnig viel machen muss. Denn ich möchte immer schon gern bei den Interviews einen Vorlauf haben von vier Wochen. Es wird aber beim Rhythmus bleiben. Das heißt, wenn diese zehn Miniserien-Podcasts gekommen sind, das heißt, es geht dann los mit Episode 119. Ja, ich hätte lieber bei 125 aufgehört, aber ich habe gesagt, es gibt keinen perfekten Punkt. Ich höre jetzt bei 117 auf. Und das jetzt hier ist die 118. Die Auf Wiedersehen-Folge, sage ich mal. Und startet dann im nächsten Jahr durch mit Episode 119 und 120 und so weiter. Mit dieser Miniserie. Und nach der Miniserie wird es dann, wie gehabt, wöchentlich weitergehen. Und dieser Rhythmus wird auch nie geändert. Ich wollte nie einen Zwei-Wochen-Rhythmus haben. Ich kann das zwar nicht versprechen, dass mir vielleicht in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren die Themen ausgehen. Und der Podcast vielleicht sogar ganz eingestellt wird, weil ich einfach sage, zum Thema Paläurnährung ist einfach alles gesagt worden. Das kann durchaus passieren. Und ich habe alle Interviewgäste in der Show gehabt. Das möchte ich jetzt nicht verneinen, weil ich bin ja erst 41. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, mit 60 diesen Podcast noch zu machen, das erfüllt mich jetzt nicht mit riesiger Freude. Also ich glaube, vielleicht ist das Projekt schon irgendwann zu Ende. Aber im nächsten Jahr starte ich mit dieser Serie und werde dann anschließend einfach wöchentlich weitermachen. Du darfst dich also freuen. Palio Hacks wird nicht weg sein und wird auch nicht aufhören. Das verspreche ich dir. Da gebe ich dir mein Wort drauf. Nur kann und will ich jetzt auch nicht sagen, wann genau die nächste Episode dann kommt. Ich gehe davon aus, es wird im April sein, weil das werden ungefähr drei Monate. Aber wenn mein Online-Kurs halt eben erst Anfang Mai fertig ist, dann werde ich jetzt nicht einfach wieder durchstarten und alle meine Planungen über den Haufen werfen, sondern ich möchte schon mit dem neuen Blog, mit dem neuen Relaunch, mit dem neuen Cover, mit dem neuen Jingle, mit all diesen neuen Dingen möchte ich schon gerne starten und nicht das verwerfen und dann wieder so halbgar durchstarten, nur weil ich gesagt habe in diesem Podcast, es wird am 10. April der Fall sein. Also, wenn du das jetzt hörst, ist der 10. Januar und ca. drei Monate werde ich mich verabschieden. Aber sei mir bitte nicht böse, wenn es eben doch der ein oder andere Tag länger ist. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich wünsche dir viel Freude. Ich wünsche dir, ja, ein super Jahr 2018, ein super Frühjahr 2018. Und ja, wie ich das immer am Ende sage, bitte bleib gesund, achte auf dich und auf deine Lieben. Und wir hören uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du drangeblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter. Ich freue mich, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.